Oh, wollen wir runter? Darf man wir runter? Okay. Ja, würde ich auch gerne. Ähm. Ich glaube, das... das Kanalwasser ist mir gar nicht mal das Schlimmste. Wir gehen einfach aus dem Vordereingang raus. Warum denn auch nicht? Oh, da oben! Kann ich euch runterholen? Warte, 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 warte. Oh, ich muss schnell sein. Okay. Na los. Hä? Ah. Warum auch immer es? Ups. Kommt der? Okay, dann fange ich euch nicht. Alles gut bei euch? Ich finde es gut, dass wir die nicht... Dass wir die, die befreien müssen, weil wir sonst durch die Tür nicht durchkommen. Also ich habe es alleine nicht probiert, aber... Ja. Ob wir den oben auch befreien hätten können? Oh, 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 oh. Beinahe reingerannt. Hä? Wer macht denn sowas? Oh, 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 oh nein. Können wir euch da rausholen? Hä? Ihr müsst doch nur eure Mützen abnehmen, weil du bewegst dich sogar noch. Oder soll das nicht so sein? Wir gehen hier jetzt ganz vorsichtig lang, okay. Nein, so meine ich das nicht. Oh, da schreit doch wieder, dass hier irgendwas passiert. Das kommt ein Schritt. Ist das euer Haus? Oder ist es nur vier? Oh, oh. Oh mein Gott. Was hat der denn für Probleme? Kommst du wieder zurück? Aber was hat der denn gegen die Zwerge? Ähm... Da war ich eventuell ein wenig langsamer. Wie weit kann ich denn im Versteck rausgehen? Also mein Kopf ist ja da jetzt garantiert schon zu sehen. Ja, so höre ich mich zur Zeit irgendwie auch an. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah! Ah! Oh, oh. Oh, da sind Fallen. Danke, dass du mir die zeigst. Hier vorne sind auch schon wieder welche. Leck mit deinem Licht. Oh, oh, oh. Was ist das? 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 Was ist das?